An manchen Orten kann man die Jahreszeit anhand der blühenden Blumen bestimmen. In Yokohama machen wir das anhand der Schiffe, die durch den Hafen fahren. Von unserem Haus auf dem Mondblumenberg haben wir eine sehr gute Sicht auf die Schiffe. Es scheint, als würde das ganze Land das Alte vergessen wollen, um Platz für das Neue zu schaffen. Aber einige von uns sind noch nicht bereit, die Vergangenheit zu vergessen. Es bricht mir jedes Mal das Herz, wenn ich sehe, wie du morgens die Flaggen hießt. Ich hege die Hoffnung, dass du bald jemand Besonderen findest, der dich die Flaggen vergessen lässt. Oh, da ist sie ja. Hier, mit dem Gedicht bist sicher du gemeint. Omi! Omi! Vater, du bist auch hier? Er war Kapitän. Auf einem Versorgungsschiff. Aber es ist gesunken. Das ist ja... Dieses Schiff fährt öfter vorbei. Wenn du die Flaggen hießt, scheint es zu antworten. Jemand antwortet mir? Jemand antwortet mir? Das war's für heute. Das ist eine Falle. Nimm das falsche Boot und du fährst in den Sack. Jetzt bist du dran. Das Boot von Rathen. Sack. Oh je. Aber ihr könnt euch die Mühe sparen, Tartan zu suchen. Er findet euch.